Holololo, da kriegst du Oxygen! Wuuuuhuuu! Bestimmt wieder fette, herzliche Viecher hier unterwegs. Wo ist man hin? Oh! Oh! Meine Rieck holt eine Art Looping-Message. Es klingt encryptiert. Es kommt vom Forschungsfessel CMS Greeley. Das könnte wirklich wichtig sein. Wenn ich eine Chance bekomme, werde ich mich in, Santos. Isaac aus! Na, komm! Mein Pilot fehlt. Warte, mir kann ich mich vorne reinsetzen. Nein! Ah, doch, kann ich. Kann ich, kann ich. Ich hab Muni gefunden. Ich hab Muni gefunden. Vielleicht finde ich ja noch was geiles. Trololololo! Sag mal, wo du lang bist. Ja, hier. Siehst du. Ah. Irgendwo da hinten. Ach, da vorne bist du. Ich würd mich erstmal umgucken, weil hier, ähm, dieses Level verleitet die Entwickler meistens dazu immer irgendwas geiles zu verstecken. Ja, dann komm doch mal. Ja, da geht's aber weiter. Hallo? Uh. Ich mach Pilot. Ich darf fliegen. Ich hock hinter dir. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Sieht sehr schön aus hier. Wie fliegst du jetzt? Fliegst du schon? Äh. Warte. Nein. Was ist denn? Ich kann also nicht nicht öffnen. Wieso? Das zeigt sich wieder auf. Wieso? Na, keinem ist es so wie die Monoroyle aus Teil 1 und kann es nicht die Ziel hier. Dann flieg halt. Oh, zu einem Ding? Ah, zudem ist man zu. Sie, Ernst Terranova. Dann flieg. Ich flieg. Ich flieg. Ich auch was. Hin vor. Und jetzt nicht gegen eine Wand batschen. Wie so eine Fliege. Ich kann doch nicht fliegen. Achso, das macht automatisch. Ja. Jetzt kommen wieder Minen. Wollen wir wetten? Die Terranova. Das war gar nicht knapp. Nein, war gewollt. Und... gelandet. Ich will gar nicht mehr aufhören. Das Spiel ist einfach zu geil. Ich hoffe, es hat einen angenehmen Flug. Ich hab mir die Hose gepinnt. Und wir sehen uns in einem Fall wieder. Ich hab trotzdem in die Hose gepinnt. Der Pilot. Klaas. Klaas Airlines. Da steht er. Pilot, Check-In. Terranova, Team-Service. Klaas Airlines. Klaas Airlines. Klaas Airlines. Was haben sie gesagt? Nur, dass der Shuttle gekommissioniert wurde. Sie werden es ausgeliefert. Great. Also, quasi niemand weiß. Es muss noch mehr getaillte Reaktionen irgendwo sein. Ich schaue einen Blick auf die Hose. Oh. Da liegt was. Wo? Heavy Standard Frame. Oh, okay. Wären wir jetzt hier dekontaminiert, oder was? Der Boden ist trotzdem dreckig. Mach mal lieber die Tür auf. Hab ich schon. Da ist nochmal ein... Was hat er? Hier ist auch mal so ein Suit-Ding. Hier. Mir gefällt dein Bling-Bling. Dein Bling-Bling? Oh, ja. Ich hab schon eh gedrückt. Ach so, welchen Stock? Wir sind denn drei. Zwei oder eins? Äh... Ne, zwei. Mach zwei. Geh mal erstmal eins nach unten. Gibt's hier ne Karte eigentlich auf M? Ne, geht nicht. Aber hier wahrscheinlich. Warte. Ah, ja. Ja, mein Trip sieht etwas wie Iron Man. Leiche. Nix hier. Ja, außerdem... Medipack. Ja. Gehst du vor? Natürlich. Aufmerksamkeit. Power reserves are on standby. Cargo functions are offline. Audio lock. Jetzt kann man's nicht lesen. Nein, jetzt kann man's nicht lesen. Ah, für die Schweiz. Hier oben geht's weiter. Ah, ich nehm noch kurz Sachen auf. Da liegt es von hier oben. Da sitzt einer drin. Links ist ne... Was an der Tür, ne? Oder ne Wand. Was? Hinter der Wand? An der Wand. Ich muss hier erstmal hacken. Deck mich. Das ist wie ein Dead Space 2, ja. So, wo ist es, wo ist es blau? Wo ist es blau? Wo ist es da? Es ist blau. Blau. Äh, an derselben Stelle. Okay. Geil gemacht. Was ist gerückt da hinten an der Wand? Wo? Wo? Rechts. Rechts. Hier. Ja. Kann ich nicht aufnehmen. Es kann immer nur eine aufnehmen. Ja, sicher. Ich will das funktionieren. Wenn du mehr Damage findest, so, so, so ein Ding mit mehr Damage, das bräuchte ich für einen Cutter. Bist du mir selber dann? Gibt es dann eh nicht jeder? Ach, das bekommt... Ah, ich glaub das bekommt sowieso jeder. Mach's damit Telekinesik kaputt. Ich warte auf. Ich warte auf. Okay. Alter, das ist ein Spiel. Interessant. Kann man das spielen? Oh, das kann man gar nicht spielen. Was steht denn da? Chicken and beans. Oh cool, grilled chicken and rice. Slow chicken. Boah, da gibt's fast jeden Tag Chicken, ey. Hm, ich hab Hunger. Chicken! Ah, ja. Oh, oh. Batsch. Ich schau rechts. Warte, das sind noch ein paar mehr. Zurück zum quad заlee. Otch. Oh, na' nack' 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 nack'd. No, na' nack' 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 nack'. Wie, ich sie mit der Schrot quand僕 die Empfehlung wegf Lineus? Oh, los 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 los! Oh nein! Wuh fried' nack'. weggefotzelt nein, ich wollte es dir nur aufnehmen nein also ich bin voll war hinten noch was? ja, da war was schon gehe oh, wie sie keine Schnitte gegen mich haben, ey komm her ja, ich hab die schon gesehen ah, hinter uns der ist an der Wand lang ach so der ist da in den Lüftungsschacht, warte werden wir da jetzt bekommen ja hat er gedacht, der kann was ich mach das wunderschön, ey medipack wozu denn wir wurden nicht einmal gehittet jetzt ich glaube wir müssen hier runter kann ich da hinten holen ja, ich kann es von hier hinten holen, warte zertritt mal schieß einfach weg warte, das hinten kann ich auch noch holen, warte hier für dich schlag zu schlag zu nein hab ich sie nicht aufgenommen, warte hihihi hihihi lalalalalala beeil dich dann gehe ich zuerst mit der Schrotflinte voraus ins Verderben oh, oh, was das denn? siehst du auch diese Sequenz? ja ja oh, sehr süß einfach mitnehmen, ne ist das ne Waffe press was bringt der jetzt? 3 das ist so ne Adredar, oder wie? ja wegen Minen, oder was? nee, wegen Viechern oder wie ein Gegenstand der Ohren zeigt? oh oh ja, irgendein Gegenstand hier Bot will find resources and return them to bench da ist irgendwas hier hinten ist irgendwas bei dir tics doch auch so aus, oder? warte einmal links klick machen achso was sucht du das? jetzt seh ich nix, weil du im Weg stehst na geil such such hihihi wie die, wie die zwei hier rumgurken macht ihr auch was? hihihi heut noch hihihi hihihi meiner fährt hin hihihi ich fahre beide dieselbe Strecke Hjjjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjddj djdjdjdjdd djdjdjdjdjdjdjdjdd Huidiii Jetzt haben sie sich aufgesplittet. Welcher war jetzt meiner? Folgt der mir Was macht der der findet der dumm im Kreis rum? Ich glaube meiner hat was gefunden Oder? Hallo? Kleine Sackrotte A.H. H.H.H. Was sind die süß? Ist der... Progress Saving. Können wir jetzt so weitergehen, oder? Hä? Check ich nicht. Die Dinge sind aber schon witzig. Na ja, was ist meiner? Keine Ahnung. Man kann ihn nicht mehr aufsammeln. Voll der Fail. Äh, setzen die zwei Buchstaben in unserem Lager? Ja. Hinter uns. Ist er fickt? Ich hab noch so'n Explosionsfass. Vorsicht. Nein. Ja, den machst du. Mach hinne. Geht doch. Vorsicht, ich schau um die Ecke. Lass mich vor. Okay. Dann mach mal bumm. Tja. Ich höre ein Viech. Keine Ahnung, was die Platz sollte. WTF? Das sind diese Explosionsviecher. Sollte man kennen, wenn man Dead Space 2 gespielt hat. Die haben so ne Eiterbeule am Arm. Ja. Der hat übrigens Gel dabei. Falls du das brauchst. Ja. Hehehe. Noch so einer. Wow. Diese Schrei. Ja, mit der Waffe macht man präzise Schüsse. Ja. Hier sollte was liegen. Hier hab ich grad einen zerfickt und da um die Ecke zwei rechts. Also ich seh schon, du machst das. Ich bin Dead Space 2 weiter ran. Da ist übrigens die Kiste. Ah. Was denn? Was? Oh ja. Wo bin der? Ach, die gehen in die rein und beleben die. Was ist das denn? Oh, ich muss eh drücken. Ich muss eh drücken. Jo. Da ist noch ein paar. Da sind wir fast noch Viecher. Ja. Ja, das war's. Noch nicht die Tür öffnen. Hier ist Text Lock. Ja, läst du durch. Ne, aber du nimmst ja nicht mal auf, ne? Wieso eigentlich nicht? Aus deiner Sicht sieht man ein paar Sachen anders. Du siehst nämlich, glaub ich, so Nussknack habe ich in der Preview gesehen vom Spiel. Ich hab noch keine gesehen, ey. Ja, das kommt erst noch. Ah, fach. Habt ihr so viele verfickte kleine Medipacks, ey? So. So, ich guck mal was auf. Ah, Upgraden wäre nicht schlecht. Warte. Den Cutter, den ich kaum benutze. Mache ich mal bei der rein. So. Sonst noch was? Ne. Neue Waffe kann ich auch bauen. Craft new frame. Frames. All weapons start with a frame. Most frames support an upper and lower tool. Okay. Ah, ja. Craft new frame. Muss man's nicht verstehen, oder? Ich könnte zwei standard frames bauen. Keine Ahnung. Und ich könnte basic line gun bauen. Warte ich. Ich craft lieber noch nix. Ich spare mal lieber meine ganzen Rohstoffe. So. Du brauchst mal wieder 20. Du brauchst mal wieder 20. Du brauchst mal wieder 20 Medipacks. Gibt's gar nicht. Deswegen sollten wir auf schwer spielen. Da können wir die alle verbrauchen. Kommst du? Warte. Warte. Hat sie irgendwas ver ändert mit meiner Waffe? Die platzen so geil. Erinnert mich irgwie an Halo. Die kleinen Vieche. Oh, meckla. Nicht auf den Bauch schießen. Nicht auf den Bauch schießen. Na, genau deswegen. Ich mach den linken Wow X Viecher ey Wurde eh Oh wir haben Wie viele Viecher haben wir jetzt gekillt? 4 Das war nur so eng hier Und da kann man doch diese kleinen Wir brauchen Flammenwerfer by the way Ok Ah ich hab so ne Schadensplatine gefunden Fick dich ins Knie ey So Jetzt reicht's mal Bei mir war auch einer Mit dem Cutter geht alles viel besser Ne ich finde die einfach so geil die Waffe Ne wir mal Hier hinten war ne Schadensplatine Wo? Hier hinten Wenn du sie aufgenommen hast Hab ich sie auch schon glaube ich So komm mit Was sind das hier? Ich hab Angst Ich hab Angst Ich hab Angst Oh 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 Schalalalalala Komm geh hoch Oh 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 Oh